Herzlich Willkommen zu unserer 12. Studium aus dieser Reihe der Lehren von Jesus. Wir wollen uns heute einem Thema zuwenden, das überschrieben ist, der Tod und die Auferstehung. Wir als Menschen haben in uns gelegt einen Gedanken, sagt die Heilige Schrift, einen Gedanken der Ewigkeit. Kein einer von uns würde wirklich sterben wollen. Es sei denn, die Umstände des Lebens sind unerträglich, man hat Schmerzen, man ist traurig, dann wünscht sich so mancher den Tod, aber nicht um des Todes willen, sondern um der Leiden, die man hat, loszuwerden, um zu ruhen. Der Tod und die Auferstehung sind Themen, die jeden Menschen betreffen und bedürfen deshalb einer klaren Definition und einer klaren Vorstellung. Jesus war der, der auf diese Welt gekommen ist und der von sich selbst sagen konnte in Johannes 11, 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er hat deutlich gemacht, dass das Leben in ihm ist und dass jeder Mensch nur durch ihn Leben hat. So lasst uns, bevor wir in die Details, auch unsere Lektion hineingehen, erstmal darüber sprechen, warum überhaupt Tod? Warum Tod und Auferstehung? Was ist der Tod und wo kommt er her? Und wieso muss der Mensch überhaupt sterben? Es gibt in der weiten Welt, in der wir sind, viele Ideen bezüglich des Todes. Aber es gibt eine, die ist recht durchgängig, dass jeder glaubt, dass wenn er stirbt, mit dem Tod sein Leben noch nicht beendet ist. Die meisten Menschen, ob sie sich Christen oder Buddhisten oder Moslem nennen, sie haben diese Grundidee, dass nach dem Tod das Leben in einer anderen Art und Weise, in einer anderen Welt weitergeht. Die einen setzen es ganz in eine andere Welt, in den Himmel, die anderen sagen, man wird nur wiedergeboren hier auf dieser Erde und man durchlebt einen Zyklus von Leben, bis man irgendwann mal angekommen ist und Gott geworden ist. Und dann muss man nicht mehr zurückkehren. So, es gibt viele, viele Vorstellungen, aber sie haben dieses eine gemeinsam. Das Leben ist nicht zu Ende, wenn jemand stirbt. Man glaubt, dass irgendetwas weiterlebt und da ist jeder Mensch in diesem Glauben mehr oder weniger gefangen, sage ich mal. Weil es ist dem Menschen nicht angenehm zu sterben. Er kann es nicht akzeptieren, dass mit seinem Tod alles zu Ende ist. Also muss er die Dinge, ja, sich so aussuchen, dass sie irgendwo in sein Konzept passen. Auch die, die nicht an ein Leben nach dem Tod glauben, brauchen eine Lösung. Sie meinen zwar, es sei zu Ende, aber sie sind sich da nicht so ganz sicher. Und wünschen tun sie sich auch nicht, dass es zu Ende ist. So, um diesem Wirrwarr ein Ende zu machen, können wir nur dann fest werden, wenn wir die ganze Geschichte der Schöpfung des Menschen von Anfang an betrachten. Wir müssen verstehen, wie ist der Mensch gemacht, wie ist er zusammengebaut, um einfach überhaupt zu sehen, ob es ein Leben möglich ist nach dem Tod, ob es Leben noch existiert, wenn jemand seinen letzten Atemzug genommen hat. Lass uns deshalb an den Anfang gehen, zu schauen, wann wurde der Mensch geschaffen und wie wurde er geschaffen. Der erste Gedanke ist ganz wichtig. Der Mensch hat einen Anfang. Würde sein Leben, so wie die meisten glauben, seine Seele ewig weiterleben, dann müsste der Mensch keinen Anfang haben. Dann müsste er ja, bevor er geschaffen wurde, er müsste schon da gewesen sein. Aber das können wir deutlich sagen, ist nicht so. So, wie wurde der Mensch geschaffen? Gott nahm also einen einen Klumpen Erde und er schuf den Menschen aus diesem Klumpen Erde und machte ihn zu einem schönen Wesen. So schön kann ich nicht malen, aber Gott formte den Menschen aus dem Staub der Erde. Er machte ihm die Augen, er machte ihm die Nase, er machte jedes Organ, das Gehirn mit allen seinen Vernetzungen. Alles war da, aber er lebte noch nicht. Wann bekam er Leben? Er bekam Leben, als Gott ihm den Lebenshauch in seine Nase blies. Da wurde der Mensch lebendig. Als er den Geist bekam, da wurde plötzlich aus dem Menschen eine lebendige Einheit. Bis dahin war er sicherlich gut zusammengebaut, perfekt, perfekt alle Dinge, die im Körper da waren, aber es war kein Leben. So, der Mensch wird lebendig, wenn Gott ihm den Geist, den Lebensodem einbläst. Und die Bibel sagt dort im ersten Buch Mose, Kapitel 2, als diese zwei Dinge zusammenkamen, dann wurde der Mensch eine lebendige, eine lebendige Seele. So, da war er jetzt lebendig. Jetzt ist die große Frage, die wir uns stellen sollen. Welches, was passiert, wenn der Mensch nun stirbt? Was geht da vor sich? Und die Bibel ist auch hier deutlich und es muss immer zusammenpassen, wenn das Leben kam, in dem der Geist kam, so muss auch das Leben gehen, wenn der Geist geht. Das heißt, die Trennung von Geist, des Geistes vom Körper, führt zum Ende der lebendigen Seele. Und damit ist das Leben, so wie es Gott geschaffen hatte, sowohl des Menschen als auch des Tieres beendet. Beendet. Tiere, ganz egal, welche Art sie sind, haben einen Geist. Und wir finden den Bericht in dem ersten Buch Mose, Kapitel 6, 7, wo die Sintflut kommt und wo alles, was nicht in der Arche ist, das einen Geist hat, jedes Gewürm, jeder Vogel, jedes Tier, das auf Erden war, musste sterben, weil es hatte ja keinen Sauerstoff mehr, und es war nicht mehr in der Lage, unter dieser drei bis zehn Meter hohen Wasserschicht zu überleben. So, diese Klarheit ist uns wichtig. Der Tod ist die Trennung vom Geist, des Geistes, von dem Körper. Und wenn diese zwei sich trennen, dann ist das Leben, so wie es Gott geschaffen hat, nicht mehr existent. So waren die Tiere, die nicht in die Arche hineingingen, von den Tieren, die vielleicht vor der Sintflut existierten, haben wir nichts mehr übrig, weil sie mussten alle sterben. So, lasst uns diesen einen Gedanken klar zusammenfassen. Der Mensch und das Tier, das, was lebendig ist und sich bewegen kann, muss einen Geist haben. Und das Ganze funktioniert nur, wenn beide zusammen sind, wenn beide eine Verbindung haben. Dann erst gibt es das Leben. Und wenn es getrennt ist, dann gibt es das Leben nicht mehr. Weil es wurde ja so gemacht, dass es nur zu zweit funktioniert. Nicht, dass eines von dem anderen für sich selbst existieren kann. So sehen wir auch im Leben Jesu, als er am Kreuze hängt und als er ruft, es ist vollbracht, dann sagt er, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Jesus gab seinen Geist in die Hand seines Vaters und damit starb er. Damit wurde seinem Körper die Kraft entzogen und er verschied und lag im Grabe drin. bis an dem Morgen der Auferstehung. Das waren am Sonntagfrüh, am Freitag stirbt er und am Sonntagfrüh steht er auf, noch bevor die Sonne aufgeht und sein Geist kehrt zurück und er bekommt einen gewandelten Leib und steht jetzt auf als ein neues Wesen. Es war zwar noch immer der Leib, der durchbohrt und durchstochen war, aber er war jetzt in einen anderen Zustand umgewandelt. so, Jesus stirbt wie jeder Mensch und er aufersteht auch so wie jeder Mensch, indem der Geist entzogen wird und wieder zurückkommt, so dass es wieder eine lebendige Seele ergibt. Es ist also entscheidend für uns, dass wir sehen, dass der Mensch aus diesen zwei Elementen zusammengebaut ist. Es ist wichtig, dass wir die beiden Elemente in einer klaren Balance, Ausgewogenheit sehen. Wir können nicht dem Körper Funktionen zuschreiben, die er nicht hat. Das wird in unserer heutigen Zeit getan durch die Idee der Evolution, dass die Evolution selbst, die ja ein Hirngespinst des Menschen ist, ein Prozess entsteht, der intelligent ist. Das heißt, die Evolution schafft das und die Evolution schafft das. Dabei meint man, die Materie könne sich entwickeln. Sie könne sich selber steuern. Heute hat man im Zentrum des Betrachtens des Menschen, wenn ich jetzt nur den Menschen nehme, die Materie, die Gene, die Zelle, die ganzen Funktionen. Das ist das, was man so im Vordergrund hat. Und vergiss dabei, dass das noch einen Geist gibt, der das Ganze steuert und lenkt. In der früheren Zeit hat man den Körper als unwichtig angesehen und hat über alles den Geist und dann hat man noch die Seele dazu genommen als ein Trio. So hat man den Menschen betrachtet, mit drei Teilen bestehend und hat dann so seine Vorstellungen aufgebaut auf eine körpervernachlässigende Art und Weise. Aber wir wissen, dass es immer in der Verführung des Bösen so ist, wenn er uns nicht zu einer Lüge im eigentlichen Sinne verführen kann, dann verführt er uns zur Einseitigkeit, zum Extrem, zur Unausgewogenheit. Und damit sind wir genauso verführt, wie wenn wir einer völligen Lüge glauben, wie dann, wenn wir von einer halben Wahrheit sozusagen betrogen sind. So, ich möchte mir deshalb die Zeit nehmen, noch einmal deutlich zu machen, die Funktionen dieser zwei Teile, die, aus denen wir bestehen als Mensch. Gott hat uns als Menschen die Fähigkeit gegeben, uns selber zu verstehen. Das hat kein Tier, niemand außer dem Menschen kann in den Spiegel gucken und kann sich betrachten und ein Urteil darüber abgeben, was in dem Spiegel zu sehen ist. Das kann ein Tier nicht, das kann auch ein Kind nicht, wenn es noch im Babystadium ist. Das kann nur der Mensch durch seine Fähigkeit, die Gott ihm gegeben hat. Deshalb müssen wir uns selbst betrachten können. Wir müssen ein ausgewogenes und klares unwidersprechliches Bild haben, wie wir gemacht sind und wie Gott uns geschaffen hat. Und das wollen wir jetzt uns noch einmal betrachten, damit es uns klar wird und wir nicht mehr wanken, weder zur einen noch zu der anderen Seite. Es ist immer wichtig, dass wir diese Dinge in einer schriftlichen Form festhalten, eine Skizze haben für das, von wo wir ausgehen, um es zu erklären. So, das ist der Körper des Menschen. Er ist sichtbar. Jeder kann ihn sehen, jeder kann ihn betasten, er ist da. Und er hat Funktionen. Und das sind komplexe Funktionen von der einzelnen Zelle bis zu Organen und zu Organsystemen. Das alles funktioniert hochinteressant und komplex. Da können wir auch nicht viel durchblicken. Weil eines der Hauptfunktionen des Körpers, wenn man so sagen will, der Materie insgesamt ist, Information zu senden an den Geist und Information zu empfangen von Befehlen vom Geist. So, das sind im Groben die Funktionen des Körpers. Wir haben uns, weil wir ja diese Dinge sichtbar haben für uns, können wir sie nachvollziehen und erforschen. Aber jetzt kommen wir zu dem Thema des Geistes und jetzt ist die Frage natürlich der Geist ist unsichtbar. Unsichtbar ist er nur der Lebenshauch, so wie in manche Menschen heute von der Theologie her sagen, naja, der Geist ist nur der Funke, der das Ganze ins Leben setzt, ist das wirklich der Geist oder hat der Geist Fähigkeiten, ist er vielleicht und sicherlich nach meinen heutigen Betrachtungen viel komplexer und viel mit viel mehr Fähigkeiten ausgestattet wie der Körper. Und um das ein wenig zu sehen, können wir die Heilige Schrift dazunehmen, der Salomo hat in seinem in seinen Schriften viel über den Geist und den Körper und das Leben des Menschen und die Sinnfrage deutlich geforscht und nachgedacht und er sagt hier im Sprüche 20 Vers 27 einen wunderbaren Satz, er sagt der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn und damit meint er und manche Übersetzung und Übersetzung erstellt das Geist der Lebenshauch des Menschen ist eine Leuchte des Herrn sie durchforscht alle verborgenen Kammen des Inneren sagt hier die Schlachtübersetzung in der Luther Übersetzung sagt es der Geist durchforscht alle Kammen des Leibes aber welche Übersetzung wir auch immer nehmen etwas was leuchtet etwas was forscht ja und es ist ja so wie wenn es in Gottes Hand wäre diese diese Leuchte wenn man es bisschen plastisch sehen wird der Geist des Herrn seine Leuchte des Herrn die durchforscht alle Kammen des Leibes dann ist der Geist des Herrn etwas offensichtlich mit einer Funktion der Intelligenz er ist derjenige der hat Funktionen Welche sind die Funktionen des Geistes er Licht oder Leuchten ist hat etwas damit zu tun mit Erkenntnis er kann also Dinge erkennen Ja und so finden wir dass nur der Geist des Menschen diese fünf Sinne hat die der Mensch hat er hat sehen fühlen hören riechen schmecken alle dieses diese Eigenschaften diese Funktionen der Wahrnehmung der Erkenntnis hat nur der Geist der Körper weiß nicht wer etwas riecht wer etwas schmeckt das ist ihm völlig un ja er kann darauf nicht einmal wie soll ich sagen er hat kein Bewusstsein so jetzt erkennen Bewusstsein Entscheidungen das ist nur eine Fähigkeit des Geistes der Körper hat keine Fähigkeit etwas zu entscheiden die das das ist nicht nur biblisch klar wir würden nie dahin kommen und sagen unser Auto hat die Fähigkeit zu entscheiden es könnte welche Garage wählen oder den Weg zu wählen das alles gibt es in der Materie nicht und und Vers 11 1 Korinther 2 da steht der so deutliche Satz denn wer von dem Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen so wer denn kennt etwas was im Menschen ist außer der Geist mit was erforschen wir was ist das was ist die Leuchte des Herrn ist das Gehen womit was durchforscht den ganzen Leib des Menschen ist es ist es etwas eine Aminosäure oder irgendwelches Enzym oder weiß ich nicht was wir so herausfinden auf materieller Ebene nein es ist der Geist des Herrn der die Dinge durchforscht nur er hat die Fähigkeit Dinge zu entscheiden so beides der Geist und der Körper haben festgelegte Funktionen die weder der eine noch der andere anstelle des anderen tun kann was der Geist kann kann der Körper nicht was der Körper kann kann der Geist nicht so diese zwei sind unterschiedlich das eine ist sichtbar das andere unsichtbar aber wie viel Funktion hat der Geist von allen seinen Funktionen und wie viele Funktionen hat der Körper von allen Funktionen wenn die zwei nicht verbunden sind miteinander diese Verbindung hier und ich male es jetzt mal groß damit wir es ganz klar wissen und sehen diese Verbindung hier zwischen Geist und Körper ist ist Seele die Seele erst wenn die zwei zusammen kommen werden aktiv die Funktion und die Funktion eine Aktivität gibt es also nur wenn die zwei zusammen sind nur die Seele macht alles wenn man so will bringt es zur Funktion so wenn die zwei verbunden sind und sie überschneiden sich an der Hirnrinde an der Hirnrinde befindet sich diese Bindungsstelle zwischen Geist und zwischen Körper und hier ist die Seele alles was unterhalb der Hirnrinde ist ist Körper meine Hand ist Körper mein Auge ist reiner Körper aber was es bewegt was es zum Funktionieren bringt ist die Seele das heißt dass die zwei verbunden sind auf Hirnrinde Ebene so aktiv leben der beiden Funktionen sind erst möglich beim Bang wenn sie zusammen sind so es ist dem Geist nicht gegeben ohne Körper zu sehen riechen fühlen schmecken und so weiter es ist ihm nicht gegeben ein Bewusstsein zu haben es ist ihm nicht gegeben Gedanken zu äußern weil er braucht um seine Gedanken zu benutzen den Körper um um sie dort zu speichern er braucht das Feedback des Körpers so Bewusstsein Intelligenz Verstand sind Funktionen die nur in der Seele aktiv sind offen dass wir den Unterschied verstehen wir haben also zwei Dinge die sind beide hoch ausgestattet wenn wir Weizenkorn zum Beispiel nehmen so hat es alle Information drin aber wenn man es nicht ins Boden legt woher die Kraft kommt damit es wachsen kann bleibt es nicht fähig irgendetwas zu tun so deshalb ist es wichtig dass wir verstehen nur in dem in der Kombination beider zusammen existiert sowohl die Funktion des einen als auch die Funktion des anderen wenn wir das verstehen dann werden wir sicher sein uns nicht verführen zu lassen von irgendeiner Philosophie von irgendeiner Idee die die Menschheit hat die Funktionen sowohl des Geistes als auch des Körpers sind nur durch ihre Verbindung und die Verbindung nennt man Seele möglich aber in der Seele in dieser Verbindung wird nicht aus Geist Körper und aus Körper nicht Geist sie bleiben das was sie sind der Geist wird nicht sichtbar und der Körper wird nicht unsichtbar es ist alles bleibt wie es ist es wird nur aktiv dadurch nur aktiv dadurch deshalb können wir es deutlich sagen das Leben ist die Kombination von beiden Aktivität im Körper haben wir nur wenn beide zusammen sind und das können wir beim Körper sehen wenn ein Mensch stirbt oder ein Tier stirbt sehen wir dass das Körperliche zerfällt da gibt es keinen Zweifel aber wo der große Zweifel aufkommt ist was passiert mit der geistigen Komponente ist sie jetzt bewusst gibt es noch eine Seele nein es gibt keine Seele mehr es gibt den Geist ja der unsichtbar ist und der geht zurück zurück zu Gott aber alle seine Funktionen sind ausgeschaltet weil sie nur aktiv sein können in Gemeinsamkeit mit seinem Körper ich hoffe dass wir diesen Gedanken festhalten können so ist uns heute immer klar was ist Seele was ist Geist und was ist Körper ja wir haben wenn man so will eine Dreiteiligkeit aber wir haben in dieser Dreiteiligkeit nur zwei Teile und einen Teil wo die zwei zusammen arbeiten es sind keine drei eigenständige Teile es sind nur zwei unterschiedliche Teile die ein drittes ergeben durch die Zusammenarbeit zwischen den Zweien das ist das Geheimnis des Lebens die Seele ist die Kombination von diesen beiden von Geist und von Körper die Heilige Schrift macht deutlich Gott sagt die Seele die stirbt die sündigt muss sterben in Prophet Ezekiel besonders finden wir diese dieses ganz deutlich punktiert aber durch die ganze Heilige Schrift finden wir von Anfang an sagte Gott dem Adam und der Eva wenn ihr essen werdet von diesem Baum so werdet ihr sterben so der Tod ist deutlich klar dass er eintritt dadurch dass der Mensch sündig das heißt das Leben ist gebunden an Bedingungen das ist das was ich als Arzt immer wieder beobachte und jeden Tag mir deutlich und klar wird unser Leben ist nicht frei von Bedingungen dass dieses harmonisch funktioniert dass der Geist und der Körper zusammen harmonisch funktionieren in dem Ort genannt Seele brauchen wir ein klares Verständnis der Bedürfnisse des Körpers und des Geistes wir brauchen zu wissen was ist die Nahrung des Geistes und wie beeinflusst er den Körper was ist die Nahrung des Körpers und wie beeinflusst er den Geist wir müssen dieses Verhältnis verstehen um dem Leben das zu geben was es braucht die Seele die sündigt muss sterben und als Adam und Eva gesündigt haben verfielen sie in den Tod und nun wird es ein bisschen kompliziert der Mensch starb als er aß sein Leben wurde quasi unterbrochen dennoch starb er nicht physisch der Geist trennte sich nicht vom Körper er blieb am Leben aber dennoch wird dieser Zustand des Menschen nach dem Sündenfall nicht mehr als lebendig betrachtet sondern als tot ein eine Seele die sündigt ein Mensch der sündigt hat keine andere Wahl die Sünde führt zum Tode aber Gott will doch dass der Mensch nicht stirbt Gott will den Menschen am Leben erhalten deshalb hat er einen Plan gemacht das falls er sündigen sollte er nochmal eine Möglichkeit bekommt dennoch aus dem Tode wieder zum Leben zu gelangen damit er lebt deshalb sprechen wir heute von Tod und Auferstehung und es gibt wenn man so will zwei Arten von Sterben ein eine geistiges Sterben und ein leiblich körperliches Sterben und das ein wenig zusammenzubringen werde ich jetzt versuchen dass wir sehen dass wir wenn man so will aus zwei Toden auferstehen müssen so lasst uns das wiederum in einer Skizze betrachten Christus sagt als er auf der Erde ist in seinem Gespräch mit den Menschen in Johannes Kapitel 5 etwas was uns manchmal gar nicht so bewusst ist und wir das werden wir nicht genauestens aufpassen überlesen Johannes Kapitel 5 von Vers 24 Wahrlich sage euch wer mein Wort hört und dem glaubt der mich gesandt hat der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht sondern er ist vom Tod zum Leben hindurch gedrungen der Mensch der ein Sünder ist ist in einem Zustand des Todes das heißt er hat ein sogenanntes physisches Leben aber er hat kein ewiges Leben bleiben ja er er ist zwar lebendig er meint er Körper und Geist sind zusammen dennoch ist er abgetrennt von Gott und ist im Tod so wenn wir geboren werden werden wir quasi tot geboren wir können aufgrund unserer sündigen Natur nichts tun was Leben bringt jetzt durch den Glauben an Jesus kommt wird aus dem Tod ein lebendiges Wesen der Punkt hier ist die Neugeburt das Glauben an das Wort Gottes und vier beginnt wenn man so will das ewige Leben sofern man mit Gott wandelt und hier kommt dann der physische Tod das heißt hier stirbt ein Mensch hier trennt sich Geist vom Körper und er kommt sozusagen ins Grab so der Körper verfällt der Geist geht zu Gott und die Seele ist gestorben ein Mensch der hat gesündigt er hat zwar hier durch die Neugeburt und den Wandel mit Gott das ewige Leben empfangen aber jetzt stirbt er sein ewiges Leben ist nicht in ihm selbst sondern dieses ewige Leben ist nur durch den Glauben an Christus und das ist in der Heiligen Schrift deutlich auch als Auferstehung sehen im Neuen Testament schreibt der Paulus dass wir zusammen mit Christus neu erweckt worden sind aus diesem geistigen Tod das ist eine geistige Auferstehung so wir werden also aus der aus den toten Werken kommen wir und sind durch Christus auferweckt aber jetzt folgt ja was danach trachtet nach dem was droben ist nicht nach dem was auf Erden ist denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott wenn aber Christus unser Leben offenbar werden wird dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit das heißt wir haben hier das Leben mit Christus begonnen und hier folgt jetzt unser physischer Tod wir trachten hier nach dem was uns hier Kolosser 3 wenn man auch weiter lest alles schön was wir tun sollen aber dann kommt das wenn unser Leben wird dann offenbart wenn Christus offenbar wird in der Herrlichkeit das heißt wenn er wieder kommt so der physische Tod tritt ein und dann erscheint am Ende der Tage hier 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 ist die Wiederkunft Christi und hier erfolgt aufgrund der Wiederkunft Christi dadurch dass das Leben des Gläubigen verborgen ist in Gott hier erfolgt die Auferstehung die Auferstehung und sie erfolgt so dass der Geist kommt zurück in den Körper und der Körper wird verwandelt und damit gibt es in alle Ewigkeit den Menschen genauso wie ihn Gott einmal geschaffen hat aus zwei Elementen aber jetzt hat er einen anderen Leib der ist verklärt der ist geändert worden ist der Leib mit dem Christus Auferstand der verklärte Leib mit dem Christus dem Grabe Auferstand aber er ist in Zusammenhang mit dem Geist und so wenn hier der Mensch Aufersteht ist er derselbe der er war als er gestorben ist er hat dasselbe Bewusstsein und er hat diese Fähigkeiten die er davor hatte sind wieder in Funktion gesetzt solange er hier der physische Tod ist Jesus sagt deshalb dass dieser Tod nicht ein Tod ist sondern nur ein Schlaf weil es ist ein Ruhen beide Elemente sind getrennt der Mensch ruht in seinem Grabe er weiß nichts mehr er fühlt nichts mehr sieht nichts mehr nichts mehr ist ihm bekannt sagt die Heilige Schrift in den Psalmen und auch der Salomo schreibt es sehr deutlich in seinem Buch an die die Prediger so deshalb lest euch das durch studiert diese Dinge sie sind unheimlich wichtig dass wir verstehen der Schlaf ist nur wie etwas was auf die Seite gelegt wird und hier und hier bei der Auferstehung kommt Körper und Geist wieder zusammen der Körper wird umgewandelt in einen unsterblichen Körper so dass er in alle Ewigkeit dann mit Gott leben kann und dann gibt es keinen Tod mehr jeder der dieses Leben mit Christus lebt wurde hier so geprüft auf seine Treue zu Gott dass Gott dem Menschen hier das ewige Leben ohne jegliches Risiko gibt dass es nochmals zu einem Sündenfall käme deshalb ist die Bibel so deutlich ja auch nach auch im Himmel und immer wird unser Leben abhängig sein von unserer Beziehung zu Gott und von unserer weil er ist die einzige Liebesquelle aber er kann versprechen dass wir ewig leben weil er uns jetzt so verändert hat wir sind jetzt so einverstanden mit seinem Willen dass wir nie mehr in alle Ewigkeit auf die Idee kämen zu denken Gott ist ungerecht oder sein Gesetz ist nicht gut oder irgendetwas deshalb kann er verheißen dass wir nie mehr sterben werden weil wir sind so eins mit ihm dass wir mit ihm nie mehr in einen Konflikt kommen dass das was einmal zwischen Gott und Satan aufkam und das dann später auf die Engel und dann auch auf uns Menschen überging dass das nie mehr auftreten kann deshalb kann Gott von einem absoluten ewigen Leben sprechen und es uns versprechen ohne wenn und aber weil wir dann in unserer Seele das heißt in unserem Wesen nie mehr in Uneinigkeit mit Gott treten werden weil wir lieben Gott wir lieben die Gesetze wir lieben die Dinge und die Bedürfnisse so wie sie uns Gott gegeben hat hoffe dass wir das hier wenn es noch ein bisschen komplex ist verstanden haben um es ein wenig deutlicher zu machen eines der schönsten und guten Erfahrungen oder Bilder die wir haben in der Bibel ist das Leben der Tod und die Auferstehung des Mose der Mose ist der erste Mensch der auferstanden ist und der erste Mensch nicht der erste Mensch der in den Himmel gegangen ist nein das ist der Henoch der ging in den Himmel mit seinem Körper wurde nicht mehr gefunden auf Erden er verschwand nicht mit seinem Geist sondern er ging in den Himmel und wir werden den Henoch im Himmel erkennen an seinem Körper der sichtbar ist der Geist wird auch dann unsichtbar bleiben so der Mose ist derjenige der im Himmel der der erste auferstanden ist und es sagt uns die Schrift dass es nicht ohne Kampf ging Satan meinte dass der dass der Mose weil er gesündigt hatte ihm gehört aber wir finden in dem Brief des Judas einen Hinweis dass es einen Streit gab zwischen Christus und Satan um den Leichnam Mose das heißt wir können uns es so vorstellen da Moses in vielem ein Bild für Christus war hat Gott ihn auferweckt wohl bevor noch der Leichnam des Mose die Verwesung gesehen hat so Gott streitet also hier es steht hier im Vers 9 des Judas der Erzengel Michael dagegen als er mit dem Teufel Streit hatte über den Leib Mose verhandelte wagte kein lästendes Urteil zu fällen sondern sprach der Herr strafe dich so als Gott den Moses erweckte hat er ihn erweckt mit seinem Leib und Satan wollte dass sein Leib bei ihm bleibt weil er weiß wenn der Leib auch wenn er zur Erde geworden ist nicht mehr mit dem Geist zusammen kommt dann ist der Mensch endgültig tot und auch Satan hatte bis dahin keine Auferstehung gesehen und erlebt und er wusste nicht welche Macht Gott hatte über dieses Leben und so streitet er und sagte ich der Leib Mose gehört mir du hast zwar den Geist aber ich habe den Leib so wir Moses kann nie mehr auferstehen Moses muss tot bleiben Moses ist mein aber wir wissen dass Moses nicht in Satans Händen blieb das heißt dass der materielle Anteil des Mose der Leib Mose blieb nicht in der Hand Satans sondern er wurde von Christus übernommen und wir finden den Mose zusammen mit dem Elia der nicht gestorben ist sondern dessen Leib nur verwandelt wurde so wie der Leib der letzten Generation der letzten Menschen bei Jesu Wiederkunft nur verwandelt werden ohne den Zoo zu schmecken diese wir finden diese zwei kommend auf den Berg der Verklärung und sich mit Christus und mit den drei Jüngern Jakobus Johannes und Petrus treffen sie sehen den Moses und sie sehen den Elia so und diese sind Leibes Wesen ja sie haben einen verklärten Leib aber so wie Christus den Leib mit dem Leib auferstand der noch die Wundmale hatte und der dann den Stich in die Rippe hatte dieser Leib wurde verwandelt und so werden auch wir erkennbar sein wir werden unsere Gesichtszüge tragen weil wir werden ja mit einem Leib auferstehen der nur verwandelt wird in etwas Unverwesliches 1. Korinther 15 ist da ein wunderbares Material zum Studium wir werden verwandelt das Unverwesliche wird anziehen die Unverweslichkeit so das ist es aber dennoch wird das Material benutzt um es unverweslich zu machen deshalb sollen wir verstehen anhand des Beispiels des Mose Gott kann niemanden auferwecken ohne seinen Leib weil es muss und es gibt eine Existenz des Menschen nur in der Kombination zwischen Leib und Geist dann erst ist alles aktiv und wird wieder zu einer lebendigen Seele so lasst uns das deutlich vor Augen haben an den Beispielen der Schrift gibt es kein Leben ohne Leib weil der Mensch gar existierte nie ohne Leib und er wird in aller Ewigkeit nie existieren ohne Leib deshalb als Christus Mensch wurde wurde er zu einem Wesen das jetzt einen menschlichen Leib auf sich nahm und er wurde dann zu einem verklärten Leib aber er bleibt mit diesem menschlichen Leib der begrenzt ist in seiner Gegenwart während der Heilige Geist überall sein kann und der Geist Gottes überall sein kann Christus durch nur durch den Geist überall sein kann aber nicht durch seine Person weil er hat sich jetzt als Mensch gemacht er wird Mensch und bleibt in Ewigkeit an dieses menschliche Wesen gebunden dadurch sind wir Menschen adoptierte Wesen ja wir wissen nicht wie dieser verklärte Leib sein wird aber es ist ein Leib es ist ein Leib der essen muss Christus kommt zu den Jüngern und sie erschrecken sich weil er plötzlich dasteht und sichtbar ist und er sagt tastet mich an ich bin kein Geist ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen und das war der auferstande Herr und wir finden die Menschen die mit ihm auferstanden sind die Erstlinge als er auferstand aus dem Grab die Gräber öffneten sich als er starb aber die Toten kamen hervor als er auferstand und sie wurden in Jerusalem gesehen es waren Tote die nie mehr sterben sollten und ja nie mehr sterben es sind Tote die aufgestanden mit verklärtem Leibe aber sie waren von den anderen erkannt und als Christus zum Himmel fuhr nahm er sie mit sich aber sie waren aus Fleisch und Knochen so Christus hat gegessen er hat Fisch und Honig gegessen nach der Auferstehung er hat dem dem Zweifler Thomas gesagt komm tu die Hand guck mal das bin ich ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen und so werden auch wir in aller Ewigkeit Fleisch und Knochen haben weil Christus hatte es auch wir werden ein Antlitz haben auch wir werden einen Körper haben und wir werden in Ewigkeit essen wie sollen wir denn sonst im Himmel an dem großen Tisch die Mahlzeit die gegeben wird nach der Hochzeit des Lammes wie sollen wir daran teilnehmen wenn Christus selbst sich gürten wird und er wird dann wiederum trinken er hat gesagt ich werde nicht mehr essen vom Weinstock noch trinken von seiner Frucht bis an den Tage wo wir es zusammen essen werden im Reiche Gottes so ohne Leib gibt es kein menschliches Leben Christus selbst ist der beste Beweis er ging nicht zum Himmel er war nicht bewusst als Mensch als er im Grab lag als Maria ihn antasten wollte sagte rühre mich noch nicht an ich war noch nicht beim Vater er ist zum Vater gegangen an den Auferstehungstage nicht als Geisteswesen sondern als neu erschaffener Mensch mit Leib mit Fleisch und Knochen und mit dem Geist den er wieder bei der Auferstehung bekam Christi Leib seine außergewöhnliche Sache dass sein Leib wurde verheißen die Verwesung nicht sehen wird nichts ist in Jesus wenn man so will verwesst durch diesen einen anderthalb Tag die da im Grabe lag er wurde einbalsamiert er wurde erhalten und und aus diesem Leib kam ein unverweslicher Leib hervor wollen wir das verstehen dass es kein Leben gibt ohne Leib und ohne Geist es braucht immer beides zusammen so wollen wir das Thema ist vielleicht größer als wir es in dieser kurzen Zeit betrachten können dennoch zum Abschluss kommen dass wir es zusammenfassen ein Mensch wurde von Gott aus zwei Teilen geschaffen die ein drittes durch ihre gemeinsame Verbindung ergibt das dritte gibt ihm die Funktion die Seele ist der Ort wo Geist und Körper miteinander funktionieren keines kann unabhängig von dem anderen irgendeine Funktion ausüben sie sind nur wenn man so will Materien oder sie sind ja Materie ist der Körper Materiale ja es ist eins ist ein sichtbares ein unsichtbares eins ist der Hauch und das andere ist der 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 Staub ist die Erde sie können nur in Gemeinsamkeit existieren als Mensch und als Leben und jetzt ist es wichtig als der Mensch starb als der Mensch sündigte starb er geistig und Gott erhielt sein physisches Leben um ihm die Erlösung und das ewige Leben zu geben weil er hat ihn nicht geschaffen um zu sterben aber er schuf ihn damals mit der Möglichkeit des Todes weil er eine Wahl haben sollte weil schon der große Kampf da ist aber eins wird anders sein bei der Neuschöpfung wenn der Mensch auferstehen wird aus diesem Grabe wenn er die Stimme Jesu hören wird er gesagt ich bin die Auferstehung das Leben dann steht er auf und er wird immer noch ein freies Wesen sein aber nie mehr mit der Fähigkeit zu sündigen oder zu sterben deshalb verheißt ihm Gott das ewige Leben die Fähigkeit zu sündigen wird nicht mehr da sein und das ist wichtig dass wir das verstehen der Himmel wird ist durch den durch das Leben durch den Tod und die Auferstehung Jesu sicher geworden keiner muss mehr sündigen oder keiner muss mehr auf die Idee kommen oder nicht das muss ist vielleicht das falsche Wort keiner wird je mehr auf die Idee kommen dass es einen Zweifel gibt an der Liebe Gottes und an der Selbstlosigkeit Gottes und wenn dieser Zweifel nie auftreten kann kann es nie mehr eine Sünde geben und das Leben eines jeden Lebewesens das Intelligenz von Gott bekommen hat und Verantwortung und Moral wird ewig gesichert sein es wird nie mehr eine Sünde geben und es wird nie mehr den Tod geben deshalb beginnt das ewige Leben mit der Auferweckung aus dem Tode das heißt Jesus macht den Erlösungsplan der Erlösungsplan ist so phänomenal gemacht dass durch den Tod wird dem Tod die Kraft genommen Ja wenn ihr Hebräer Kapitel 2 lest das heißt wir wenn wir bevor wir neu auferweckt sind bevor ein Mensch neu geboren ist muss der alte Mensch sterben so wird es in Römer 6 beschrieben und so wird durch den Tod dem Tod die Macht genommen weil die Macht des Todes liegt in der Sünde besser noch gesagt in der sündigen Natur und solange die sündige Natur aktiv ist ist auch ewiges Leben nicht sicher aber wenn die sündige Natur kaputt ist wenn sie endgültig gekreuzigt ist und der Mensch stirbt zusammen mit Christus im Herzen den physischen Tod dann geht der Geist zu Gott der Körper wird zur Erde und er kann verwesen er kann kaputt gehen aufgrund dessen dass Christus die Auferstehung ist und das Leben wenn er rufen wird er ist ja Gott dann wird dieses dieser Leib es hören so wie wenn er sagt und jemand wird gesund so wird die Materie verstehen und aus dem erstorbenen Leib wird wieder aus der Erde wird wieder der Leib hergestellt der Geist verbindet sich damit und damit ist der Tote wieder lebendig und stirbt er in Christus wird er umgewandelt und bekommt den Leib Christi der nie mehr verwest der nie mehr sterblich ist und der nie mehr irgendein Leid oder irgendetwas erfahren wird so durch den Tod wurde dem Tod die Macht genommen und wir können in diesem Glauben leben dass wenn unser Leben verborgen ist in Christus wenn wir sogar sterben sollten während dieser Tod ja nicht ein wirklicher Tod ist sondern nur ein Schlaf dann werden wir auferstehen um das Bild komplett zu machen die Bibel spricht noch von einem zweiten Tod und das ist der Tod der Gottlosen die Gottlosen werden auch alle auferstehen nur mit dem Unterschied ihr Körper wird nicht verwandelt bei der Auferstehung weil sie stehen nicht auf zum Leben sondern sie stehen auf um das Gericht zu empfangen und die Folgen die Konsequenz dessen was sie getan haben erleben so werden Menschen auferstehen zum Gericht und sie werden dann so wie Jesus es häufig beschreibt in die Hölle geschmissen oder in den Tod gegeben in das Todesreich und dort im feurigen Fuhl wie es steht in Offenbarung 20 dort in diesem in diesem feurigen Fuhl werden sie verbrannt werden und aus diesem Tode gibt es kein zurück mehr wenn der Mensch diesen zweiten Tod stirbt ist er für immer ausgelöscht das heißt es gibt keine Möglichkeit mehr es wird nichts mehr geben was den Menschen das den Geist und den Körper wieder zusammen bringt sie werden für immer getrennt bleiben es gibt kein Bewusstsein für diese Menschen mehr sie waren wie wenn sie nie existiert hätten das sind die Menschen die gewählt haben trotz allem was ihm Gott angeboten hat zum Leben zu kommen sie haben gewählt im Tod zu bleiben so werden sie am Ende den Tod ererben was möchtest du möchtest du leben wenn du leben willst dann musst du verstehen dann muss dein sündiges ich in dir sterben täglich du musst jeden Tag brauchen wir eine neue Auferweckung ein neues Leben aus Christus und aus Gott und sollten wir manche von uns dahin kommen dass wir auch physisch sterben dann ist das Leben dennoch nicht zu Ende es ist nur ein kurzer Schlaf und dann kommt die Auferstehung zum ewigen Leben so unser Leben verborgen war in Christus ich möchte und ich leben mit bestem Wissen und Gewissen was ich habe für diese Beziehung zu Gott um dieses Ziel zu erreichen mit Gott zu leben in in alle Ewigkeit ich liebe es wie Gott uns geschaffen hat ich liebe immer mehr sein Gesetz ich bin unfähig es in allen Dingen zu halten aber ich liebe es in meinem Herzen möchte ich es erfüllen und welchen Weg auch immer Gott für mich vorgesehen hat ob es der Weg ist dass ich durch den Tod und dann die Umwandlung erfahre oder dass ich lebe bis er kommt und das ist mein Glaube das ist meine Hoffnung mein Ziel dass ich nicht mehr sterbe bis Jesus kommt sollte das sein was Gott vorgesehen hat auch für mich dann will ich dann umgewandelt werden derselbe Mensch bleiben aber mit einem anderen Körper in dem Sinne einem unverwesliche der Charakter muss dann so sein dass er christi charakter ähnlich ist damit er mit ihm in aller ewigkeit leben kann es ist so gut zu wissen dass der Tod für einen Christen nun schlaf ist er ist für alle Menschen nur ein schlaf aber für die die gestorben sind gibt es keine Änderung mehr niemand muss für einen Toten beten sie haben kein Bewusstsein mehr sie sind ihr Leben ist entschieden entweder zum ewigen Leben oder zum ewigen endgültigen Tode die Zeit der Wahl ist jetzt so deshalb gittet uns Gott diese Wahl an es gibt nach dem Tod nichts mehr was uns eine Entscheidung geben kann die Bibel sagt so wie es dem Menschen einmal gesetzt ist zu sterben und danach das Gericht das steht in Hebräer Kapitel 10 so ist auch Christus einmal gestorben und danach kommt er nicht mehr um der Sünde willen sondern um uns zu erlösen so ist es nur jetzt wo wir die Zeit haben heute wenn ihr seine Stimme hören werdet verstockert eure Herzen nicht sondern setzt alles dran und entscheidet euch und lebt mit diesem Herrn und dann haben wir eine Sicherheit das ewige Leben das kann uns niemand weg nehmen das physische kann man uns vielleicht nehmen Jesus sagt man kann den Leib töten aber man kann nicht das Leben das in Christus verborgen ist töten das ist ewig und in diesem ewigen Leben möchte auch ich sein nicht nur um des Lebens willen aber um des Willen was ich in diesem ewigen Leben alles tun kann dafür möchte ich leben Herr möge uns die Gnade schenken dass uns niemand verführt dass wir an tote Geister glauben dass wir an Intelligenz nach dem Tod glauben dass wir nicht verführt werden auch wenn unsere Augen vielleicht anscheinend unsere Verwandten vor uns sehen dass keiner glaubt das was nicht sein kann weil Gott hat es so gesagt und die Gesetze erlauben es nicht anders Amen